das läuft ja das dem bussi du sollst die hände hochhalten bzw nehmen das ist das einzige so sagen kann ich habe einen gut hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von gta5 lsp die wer in der letzten folge gestern hatten wir ja schon diesen richtig mega geilen nissan gtr wollten wir den highway patrouillieren und dann kam uns ja das community event dazwischen und ja wir haben hier nicht wirklich an dem highway patrouilliert mussten andere andere sachen machen daher habe ich mir gedacht machen wir heute noch eine patrouillenfahrt hier auf dem highway wie wir es eigentlich machen wollten und halt habe übrigens einen neuen skin eingefügt extra dafür wir sind richtig jetzt an der kaffee unterwegs wir haben keine uniform an wir nur eine schusswettste an da steht sheriff drauf von steht auch sheriff drauf und natürlich den waffen gürtel finde ich sieht richtig mega aus das passt richtig schön an der cover in unserem nissan gtr und da patrouillieren wir hier auf dem highway und schauen wir was so passiert würde ich sagen dass wir sind gold 4 beginnt jetzt unsere streifen wart so eine lücke tut sich auf dann können wir uns ja in den verkehr begeben natürlich wenn passende einsätze dabei sind hier am highway werden wir diese natürlich annehmen ansonsten haben wir mal kontrollen oder spontan kontrollen machen wo ich mich eher gerade wie so eine raudi benehme aber mit einem nissan gtr geht das natürlich da oben beim zug das war ein bisschen komisch in welche richtung der kommt hier her da können wir hier warten dass es ja passend und er entdeckt uns nicht gleich da kommt er er hat uns doch erkannt so die sprich mal verstärkungs einheiten zwei stück am besten auf dem highway da ist ein farbiger verbaut wieder ein vergassungsfall das hat noch keinen sinn ja und du rungs mich natürlich noch weg sehr schön das freut mich schwere verkehrsunfall schwerer verkehrsunfall auf dem freeway die da oben stehen auch los um so jetzt schluss arsch runter hände hoch polizei hände hoch hände hoch so kollegi ich übernehme flücht okay er steht scheinbar unter alkohol er riecht nach alkohol ähm dispatch haben den flüchtigen so müssen wir natürlich erstmal zu unserem fahrzeug wir halten hier nämlich um den verkehr auf so sie bleiben hier stehen oh man glaube ich nicht dass sie die große klappe haben können beziehungsweise sich leisten können die große klappe zu haben ja ja meine fragen sagt der herr wir machen jetzt erstmal machen jetzt mal eine personenüberprüfung zu ihnen bräuchte personenüberprüfung zu thomas mcdonald geboren dritter dritter 67 liegt nichts vor okay dann machen wir erstmal einen alkohol und atemtest ein atem alkohol test so rum 14% wow wow haben sie aber gedankt thank you okay ich gebe ihnen hier die jungenheit ihre aussage aufzugeben und dann werde ich ihnen einen kollegen überführen der bringt sie dann aufs revier und dort wird alles weitere geklärt bis dahin denken sie sind vorläufig festgenommen alles was ich ab jetzt sagen kann und wird gegen sie vor gericht verwendet so das werde ich euch bitte den transport ich suche sie natürlich nochmal bevor ich den kollegen übergebe was machen wir hier hier kommt es zu schwer am verkehrsunfall wieder einmal bloß weil die polizei anrückt okay so ja rungs weg was bringt es nix so sehr schön dann haben wir doch den ersten einsatz erfolgreich beendet vorsicht das hat geklappt so wir schnippeln mal hier rein ei 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 so hier ist quasi Ende unseres Gebietes da stehen die Kollegen so einmal wenden geht auch zügig flott flott fahrzeuge waren schon komischerweise weg waren die Kollegen relativ schnell so ich würde gerne mal ein fahrzeug überprüfen kommen wir nicht mal das hier kommen wir nicht dahin okay ladendiebstahl ich hoffe der ist jetzt nicht auf der flucht nein ich bin ja hier schon so da Officer Weiner ist auf dem Weg ist auf dem Weg da ein diebstahl mit koterei das ist auch mega da waren wir gerade hätte da eines hier herkommen können okay wir fliehen da läuft da sie hat sogar eine Waffe sie hat sogar eine Waffe sie hat sogar eine Waffe pass auf okay sie gibt auf sie gibt auf sie gibt auf sie gibt auf okay 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 so Dispatch den eingetroffen Täter ist eine Frau hat versucht zu fliehen Secure die hat diese Person vorläufig festgenommen so ähm bräuchten sie scheint Drogen genommen zu haben bitte einmal aufstehen guten Tag Officer Weiner Sheriff Department ähm sie haben einen Ladendiebstahl begangen ich würde sie erstmal einem Alkohol- und Drogentest unterziehen so da sind sie sauber ähm jetzt machen wir mal schnell den Drogen Test thank you okay Kokain und Meff eieieieieiei ich würde sie gerne einmal noch untersuchen so mit dem Ladendiebstahl muss man auch noch reden so Julia Schock Dispatch bräuchte eine Person über Prüfung geboren am äh 25.12.78 lizenz ist suspended grüß ich war unter zu Fuß unterwegs ja dann einen Transport bitte für die Dame die hier gestohlen hat oder ein Suspekt unter Arrest in äh Not Chiliad Copy that On the way Roger großes Haramwegen gehen können sehen sie das das kann ja nicht sein so eintöten und alles weitere auf dem Revier klären so wir fahren kurz zum Laden wir sitzen hier hoch mit dem müssen wir nämlich noch oh trüb vorbeigelaufen kein Ding so schönen guten Tag sheriff department sie wurden geklaut ok mehrfach 465 165 yes lohnt sich ja haben wir abgelockt alles dabei wir haben sie auch gerade eben festgenommen ja die jure die aussehung geladen hat sie ja noch erwischt gehabt und ja alles weitere ist auf dem Revier geklärt ne damit ist hier mein einsatz beendet ich wünsche ihnen trotzdem noch einen schönen Tag so Dispatch Code 4 so läuft bei uns heute komm wir überprüfen mal den Wohnwagen da drüben der so schön so schön unauffällig auffällig kommt jetzt zu uns suspicious vehicle da hinten so gefährlichen fahrens schauen wir uns mal an ich denke mal eher wieder dass es langsam fährt so wie das aussah ganz gefährlich irgendwie weh will auch fliehen bleib doch mal stehen junge so das besprechen weiter reinheit wir können auch Spikes holen keine Angst das funktioniert auch bleib mal einfach stehen es bringt nix ich guck das sind Spikes ähm man versucht das jetzt wirklich ja er fährt drüber so Sandwich zack und also hasten 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 wechseln was für eine schöne zusammenarbeit so wir sperren dass man schnell die straße hier weil das ist zu gefährlich hallo reißt du zusammen du verschwindest eh jetzt pass auf sag ich bist du lämmig so wir bräuchten dass man eine persönliche Prüfung für diesen Andrew mcg sie warten kannst du mir mal erklären was dazu stimme auf wir müssen erstmal hier das ist mir zu gefährlich hier wir gehen einmal hier rüber und hast du mit dem roller so komisch und dann auch noch links auf dem highway das ist doch kacke du sollst warten habe ich gesagt ja der nächste mit dem roller nächster gefährlicher eingriff so ich muss hier eh noch die straße gesperrt lassen wegen wir bauen noch einen abschleppwagen was macht die denn läuft 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 wir warten noch auf den kommt der der abschleppwagen hier einmal eintüten bitte jetzt kann ich die absperrung wegnehmen und jetzt können wir zu den herren hier rüber fahren machen wir allgemeine kontrollen natürlich wie immer so einmal ein alkoholtest und er scheint auch drogen genommen zu haben heute ist tag des drogens nehmen ok und zwei prozent alkohol knapp knapp drüber wir sind schon da im gelben bereich das wissen sie den drogentest marioana und meff wer kriegt denn ihr das zeug ich versuche sie noch einmal und dann übergebe ich sie einem kollegen alles weiter wird dann nach dem revikel geklärt vor nach chilead r 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 chilead r r r r r r r es reicht ja wird immer schlimmer so sind code 4 dispatch back auf streife weiter ein fahrzeug das überprüfen wir jetzt mal der wohnwagen ist natürlich weg was auch sehr gerne mal als drogenlabor genommen wird so dispatsch ich bräuchte mal bitte eine kennzeichenabfrage zu 0 9 ptv 372 ok der sauber nicht nur hier zu lassen es ist auch kein park verboten oder so so los geht's so so schaffen jemanden hier während der fahrt zu überprüfen können wir überprüfen mal das motorrad we have a person attempting to steal a car and grapeseed ok das geht uns nicht an bewaffneter fahrer hallo hallo achtung geisterfahrer ist unterwegs dispatch bräuchte bitte eine weitere einheit einer man lassen sind die zange nehmen und es stellt stehen stehen bleibt doch mal stehen hast du der polizei schon hier aufgepasst ich merke jetzt bleibt doch mal der kollege da war der weiter statt auf die bremse zu drehen so kann man aussteigen endstation wir müssen auf jeden fall hallo genau und er ist noch gesperrt die kollegen haben ihn sehr schön vollsperrung packt ihn gleich ein am besten Oh, das ist jetzt nicht gespeiert. Richtig nice. Wird er abgeholt jetzt, oder? Oh Mann, blankes Chaos wieder hier. Und die Kollegen knallen mal wieder hier. Jeden ab, der abzuknallen geht. Blanker Horror. Blanker Horror. Weg damit. Aggressive Fahrer werden hier definitiv bestraft. Gut, wir bräuchten hier noch eine Ambulanz. Das ist, das ist der neue Landseite. Und noch eine Abschiepfwagen. Belegen gebläbt jetzt Shane. Noch eine Abschiepfwagen für den Roller. Und eine Abschiepfwagen für das Motorrad. Oh mein Gott. So. Erstmal hier. Alles mal alles. Beiseite räumen. Alter, Alter. Ich kann den, ich kann den nicht wegräumen. Komm mal her. Armour Typ. So, los. Ich krieg das Menü hier nicht. Dann nimm mal das Auto hier mit. Ich glaub, der hat gar keinen Einsatz. Ähm. Brauchte noch einen Absteuptwagen-Dispatch. Kannst du den? Den können wir nicht abholen. Warum auch immer. Gut, das ist alles weg. Alles andere interessiert mich jetzt gerade nicht. Wir öffnen die Straße wieder. Rettungsdienst ist auch nicht gekommen. Warte, 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 warte. Haben doch eigentlich EMS gerufen. Wir haben den leider nicht bewegen. Jetzt steht er wenigstens. Ne, nicht Dios Mios. Du sollst einfach mal... Du sollst dich einfach mal bewegen. Ne. Hast du ein... Fahr weiter, komm. Jetzt kommt hier der... Jetzt presst sich der... Los. Pussy. Ich. Und doch Drogen nehmen. Da. Da haben wir aber einige vergehen, mein Freund. Runter auf die Knie. Yes. Haben wir den Typen noch tot. Das läuft hier. Und das... Damn pussy? Du sollst die Hände hochhalten. Beziehungsweise nehmen. Das ist das Einzige, das du sagen kannst. Echt? Warte, ich habe noch einen gut. Zwei hab's gut. Zwei hab's gut. Ich glaub, der steht drauf. Okay, dem ist nichts beizuhelfen. Ich find's doch lustig gerade. So, komm auch, du Pussy. Na gut, einer geht noch. Oh, der ging daneben. Was mitgekriegt? Guck mal hier. Seitlich geht auch. Oh. Ups. So, das wird... Sprech mal bitte EMS an meine Stelle. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich öffne auch die Straßen dafür, aber das wird eh nix bringen. Außer wieder nur mehr Chaos. Äh. Zack. Ansonsten... Ach komm, hier. Zack. Okay, der ist schon verhaftet. Ach, jetzt kann man... Ach, jetzt... Ach, so kann man ihn auch greifen. Sehr schön. So, let it go. Ähm. Das Problem, ich kann halt keinen hier reinsetzen. So, einmal Corona bitte an meine Stelle. Das Bett. Wenigstens die kommen. Ich kann ihn aber nicht, ähm... In mein Auto setzen. Das ist das Problem. Äh. Geht nicht... Wiederbeleben. Geht auch nicht, weil der Rettungsdienst taucht einfach nicht auf. Äh, weil das ist ja dann ja... Der Tunnel als Folterkammer hier ein. So, boing, boing, die Säcke. Ja, da hast du ja viel Spaß haben. Alleine mit Handschellen. So, die zwei Herren werden eingetötet. Und damit hat sich... Dieser Einsatz auch für uns beendet. Dispatch sind Code 4 und werden hiermit die Streife beenden. Und das war eine neue Folge von GTA 5 LSPD Fair. Der Ende war doch sehr lustig. Der kann nur das eine sagen. Und am Ende landet er in einem Sack. Das war eine neue Folge GTA 5 LSPD Fair. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Und ciao. 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 Untertitelung. BR 2018